Hy 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 Es gibt zwar schon irgendwie zwölfzig Trilliarden Millionen Zentilliarden Let's Plays haber wurscht Om Heide, Scheiße Danke Desmond dass du meine Gedanken aussprichst Wir sind fast da. This is how we die. Jena, das kann man so nicht. Bank. Setz dich doch auf die Bank, ätz dich und kletter da nicht hoch. Was sonst noch zu sagen? Ha? Nein, ich schau. Ich bin jetzt hier nicht gerade am Schauen. Ähm. 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 Äh. 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 Gut. Hey, hör auf. Ich hab dir doch gar nichts getan. Hey, lass das, lass das. Ich hab hier ne Quest abzu... Au. Geh weg, du Affe. Und nun sterbst du. Scheiße. Oh. Puh. Wann können wir nach Hause? Ich weiß nicht. Sind wir bald da? Ich weiß nicht. Sind wir jetzt da? Ich weiß nicht. Und jetzt? Ich weiß nicht. Wie weit ist es noch? Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Die Knie. Mario. Onkel Mario. Okay, jetzt aber. Los, Pferd. Düm, 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 düm. Falsche Richtung. Scheiße. Moment. Nochmal. Düm, 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 düm. Bremsen. Und. Düm, 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 düm. Um die Kurve. Pferd? Ist das vielleicht Wully Horse? Warum steht das da ganz alleine? Aber jetzt steht das da ganz alleine. Wir können doch kein Pferd... Nein, das können wir nicht machen. Wir sind nicht so assi wie in Assassin's Creed 1. Wir können doch nicht einfach ein Pferd mitten auf dem Weg stehen lassen. Was ist das? Okay, das war vielleicht eine blöde Idee, um zu das Let's Play wieder nur unnötig in die Länge ziehen, aber... Wurscht. Ihr seid sicher, Sir Ezio. Habe ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld... Halt dich fest! Alter! Ähm, und jetzt? Komme ich da bitte wieder irgendwo hoch? Bitte seid mir, dass ich hier hochkomme. Oh oh. Ähm... Hilfe! Hilfe! Ich... Ich hänge... Hallo! Bimi! Hallo! Ähm... Fuck! Bam! Head nut! Wir müssen auf der anderen Seite hoch. Wir müssen auf der anderen Seite hoch. Das wusste ich natürlich, das wusste ich natürlich. Oh, kletter Ezio, kletter Ezio, kletter Ezio. Nicht an diesem Teil hier. Kletter hier hoch, kletter da hoch. Aufs Dach, du Nuss! Und... Yes! Hm... Da unten? Hoch. Dann ging das Mikro berollt. Ah! Scheiße! Ah! Scheiße! Hallo, dürfte ich fragen, wo du deine Rüstung her hast? Heeeey! Hallo! Lasst mich! Was seid ihr denn für? Tschüss, tschüss. Tschüss. Mann! Spring, spring, spring. Ja, Leute! Sind wir bald da? Ich weiß nicht. Ich will die mitnehmen. Kann ich irgendwen damit schlagen? Scheiß! Alter, das ist voll das Mordinstrument! Wo sind denn alle? Dunkle Zeiten. Das ist unser Lohn dafür, dass wir unsere Sicherheit inkompetenten Idioten überlassen. So wie ich. Und zwar nicht gegen den Baum. Oh nein! Das ist das andere Pferd, was wir mal da abgestellt haben. Ich glaube, wir geben ihm mal Gesellschaft. So. Auf nimmerwiedersehen. Habt Spaß miteinander. Etzio, der Pferdeflüsterer. Ihre Hämmer und Haken klauen und damit Leute erschlagen, ist ja auch nicht das Wahre. Nicht, dass wir das hier gemacht hätten. Das war ein Unfall. Und jetzt, schnell bevor die Gitarrenviecher kommen. Lauf, 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 lauf. Erst, der hier. Du hast einen beschissenen Hut auf deinen Kopf und ich schlage ihn dir gleich runter. Und jetzt, geh! Was guckt ihr alle so? Oh, er hat gesungen! Du schon wieder! Ah ne, du bist ein anderer. Du bist älter. Und du bist still. Ich mag dich. Ähm. Danke fürs Durchlassen. Danke fürs Durchlassen. Geh weg! Stair Contest. Ah! Weißt du was, vergiss es. Ich nehme die Wand. Ach, kommt schon! Bleib doch mal da! Hallo? Lass dich anvisieren? Bitte! Oder geht das nur, wenn wir noch einigermaßen Boden unter den Füßen haben? Ah, gut. Schön, dass wir das haben. Ähm. Wo ist... Wo ist das Opfer? Äh, ich komme mir gerade so ein bisschen verarscht vor. Wo ist der? Vielleicht ist der in dem Turm. Konnte man da rein? Ich glaube, der wäre jetzt irgendwie gerade hier oben drauf. Zwei, eins. Ist der da unten? Hä? Markieren wir den mal. Ähm. Lieber komischer Typ, sei jetzt auf dem Turm. Ist der hier irgendwo geflüchtet? Hier ist eine Dachloge. Hier hätte er flüchten können. Ich weiß nicht, der muss da irgendwo drunter sein. Ich glaube das jetzt gerade nicht. Ich will das nicht glauben, weil ich das nicht nochmal machen will. So. Ich glaube, das wird schief gehen und wir machen das nochmal. Naja, alles oder nichts. Wie schön. Wo ist Jacopo? Komm wieder zurück. Nein. Geht denn jetzt echt eine Runde? Was denn? Knopf. Was ist da da? Ihr seid trotzdem eins von Gottes Kinder. Ich sag... Snow White-Tee. Wie ich das Pferd gerade getauft habe, weil es weiß ist. Und Schimmel ist ein doofer Name für ein Pferd. Ach, wir können es echt nicht mit reinnehmen. Nein! Nicht in den Felsen! Nein! Klobe! Ja, Entschuldigung! Du sagst es. Ja, du hockst da drin und klammerst dich da fest. Aber ich muss die draußen wecken. Oh, scheiße, da kommt einer. Nein, ich kriege den nicht runter vom Dach. Oh, Goba! Wuhu! Wuhu! Oh. Ja, warte doch. Ich hab's doch gleich. Moment. Wo ist denn die... Wo ist denn die Olle überhaupt? Ich seh die schon gar nicht mehr. Lenkt ihr auch immer so eure Schiffe? Okay, jetzt aber. Ja, ich bin doch... Halt deine Schnauze! So, ich komm doch schon! Ich muss doch da irgendwie rauskommen. Ist ja ein bisschen arg bescheuert. Gott! Hier drauf. Okay, jetzt geh ich echt mal hier genau in die Mitte. Und jetzt hier hoch. Und es funktioniert nicht. Und ich komm auch hier in die Mitte hoch. Und ich kann auch da nicht hochspringen. Und dann irgendwie da hochhüpfen und versuche nicht darunter in den Heuerhaufen zu springen. Und ich verstehe es nicht. Warum, Spiel? Warum? Nee, oder? Das ist langsam echt traurig. Oh nein, ich bleibe hier und jetzt werden wir doch alle in der Mitte... Jetzt komm mit, du blöde Kuh! Jetzt schubst sie mich auch noch! Wo bleibt ihr denn? Halt deine Schnauze! Ich habe den Hotkey vergessen fürs Aufnehmen. Frupsch. 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 Ja, ich führe immer Selbstgespräche, wenn ich hier so Videodinger mache. Und das werdet ihr alles gar nicht hören. Deshalb unterhalte ich mich gerade wirklich mit mir selber. So. Le Freps ist bereit. So, und jetzt kann ich wieder... Wo ist Assassin's Creed? Ah, hier, Uplay. Uplay. Wuhu. Mach mal hin und lauter spiel. Hey, Uplay. Nein, kein Java-Auto-Updater. Fick dich. Ahm. Uplay-Login-Failed. Go offline. Oh, I'm offline. Nobody can see me. Zeug. Der hat gerade lustig geguckt. Nein, 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 nein! Ähm. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Wer macht sowas? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Verrückt, wer die macht! Obwohl, vielleicht schaffen wir es noch. Kommt, sechs Stück noch! Okay, scheiße, noch zehn Sekunden. Wenn die jetzt nicht alle auf einer Strecke sind, dann... Okay. Nein! Sprinte, Ezio, sprinte! Nein. Nein. Nein, 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 nein. Habe ich meine Ehre verloren, die ich von Anfang an nicht hatte, aber egal. Nein! Oh, ich kann kotzen! Was uns groß macht, wie hell unser Licht... Nein, nicht den! Abvisieren! Nein, ich kann den nicht abvisieren! Manchmal hasse ich diese Kacksteuerung! Ah, das gibt's doch nicht! Ah, das gibt's doch nicht! Hörscher! Ah, es funktioniert! Das ist echt die Lösung für alles. Er guckt entkrummelig so. Du hast meine Rüstung geklaut! Ja, ich hab's... Oh, ich wollte grad sagen, ich hab's immer noch drauf, aber ich... Pferd! Pferd! Alter! So, jetzt hat... Die Ends laut, aber ich werde jetzt nicht den Ton leise... Everybody do the flop! Scheiße, das war... ...die falsche... Okay, Moment. Das war... Wie ging denn laufen? So? Ah, okay. Oh, ist das das mit dem... Das... Ist das das mit dem Kreuz? Das haben wir doch schon gemacht, oder? Das haben wir doch schon gemacht! Was ein Scheiß! Oder hab ich das damals abgebrochen? Achso, ich kann das einfach öffnen, weil wir das schon gemacht haben. Jetzt hier lang. Und jetzt einfach so hochklettern, wie das... Wie es geht, und dann... Nein! Oh Gott! Ach! Ich versteh es nicht! Ich versteh es einfach nicht! Ah! Okay! Jetzt brauch ich nur noch den blöden Ebel! Ich hab so das Gefühl, dass wir das alles schon gemacht haben! Wir waren doch schon... Wir haben doch schon mit den Bomger-Tiefen gekämpft, oder? Kann es sein, dass... Oh! Kann es sein, dass die Spielstände nicht übernommen wurden? Komplett! Dass wir das gerade nochmal doppelt und dreifach machen, ne? Mist! Ich komm nicht an den Rahmen! Moment! Hey, hier dann! Scheiße! Halt! Hab nur... Wo hab ich euch schon mal gesehen? Er könnte hier sein... Komm mit rein! Komm mit rein! Ich hab so rein! Nein! Ihr habt nichts gesehen! Nein! Ja, das hab ich aber nicht vor! Hat die Kleinen hier Nerven! Geh mir nicht auf den Sack! Ich... Ich werde sauer! Was ist das für ein Scheiß! Boah, ihr Drecksvie- Alter! Ich krieg's kotzen! Boah, wenn mich da jetzt einer runterschießt... Ich töte euch! Ich töte euch alle! Da ist er! Geil! Boah, wir können an den rankommen! Okay, wir müssen nur warten, bis der sich umdreht. Weil ich meine, nicht, dass uns der... Wo ist der? Ja! Warum hat er uns auf der anderen Seite nicht gesehen? Das ist doch Bullshit! Das hat ja nicht so gut geklappt gerade. So, der erste ist schon mal weg. Dann müssen wir... Aufs Boot! Das Boot! Bist, das heißt, ich muss erst den da runterziehen. Ach nein, doch nicht! Och, Mann! Du kacken No-Name-Soldat! Oh, ich hasse dich! Ich... Ich hasse dich so sehr gerade! Freundchen! Gib den Apfel zurück! Ah! Nein! Nein! Ich kann's halt einfach nicht! Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man so Leute tacklet! Oh, geh doch auf die Wand, Mann! Kann ich den bitte? Ich weine gleich! Ich kann nicht... Wie mache ich das? Ah! Das passiert, wenn man länger nicht mehr spielt. Mit R? Nein! Bitte! Mach halt was! Ah! Ich werde böse! Ich werde böse! Ich werde richtig böse! Ich weiß auch, warum! Ich verstehe es doch einfach nicht! Ich will nur noch weinen! Ich will dieses Spiel zu Ende haben! Also, das war der Kopfhörer! Und... So wird er gerade geklebt! Aber er hält nicht mehr besonders gut! Ja! Schnüff! Oh, scheiße! Oh, yes! Nice! Das hätte ich jetzt leider vergessen, dass es das noch gab! Ah! Oh, fuck! Oh, nein! Spreng! Galoppa! Nein, ich will wieder auf Galoppa! Lass mich! Schönen Dank auch, du kleine Wichskamera! Boah! Ich krieg's kotzen! Ich wollte jetzt hier gechillt ein Special machen. Jetzt ist das Ends das Rage Game! So, und jetzt bitte spring da rauf! Das gibt's doch nicht! Nein! Da oben drauf sollst du! Verdammte Scheiße! Hä! Ich will weinen! Ähm! Ich habe mich, glaube ich, soeben unters Wasser gepackt! Da fuck! Alter! Nein! Nein, 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 nein! Kacke, Ebel! Weißt du was? Ich steck jetzt den Controller an! Mal gucken, ob das was hilft! Dann wär's für immer noch schlechtes Design! Weil man sollte, wenn man ein Spiel für PC macht, das vielleicht doch so machen, dass man so mit einem fucking PC spielen kann! Aber freue ich mich jetzt noch heiser schrei? Was für ein Spiel! Jetzt mal Special-Folge machen für eine schwänzende Stunde! Scheiß Steuerung! Entschuldigung! 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 Genau heißt der Controller! Und es funktioniert nichts! Weil ich wahrscheinlich dazu erst aus dem Spiel raus muss! Dieses Menü ist auch so eine Katastrophe! Hör auf, automatisch zu scrollen, nur weil meine Maus da ist! F***! Hallo ihr Lieben und vielen herzlichen Dank, dass ihr euch diese 20 Minuten Best of Assassin's Creed reingezogen habt. Es sind bis jetzt drei Special-Folgen rausgekommen und ich hatte noch Aufnahmen für zwei mehr. Ich habe dann noch alle Glyphen gesammelt und habe, glaube ich, auch alle Aussichtstürme. Ich habe alles fertig gemacht, außer die Federn. Und nachdem ich dann so lange nicht mehr gespielt hatte und nicht mehr geschnitten hatte, dachte ich, ich hatte die Specials schon geschnitten und habe das Videomaterial gelöscht. Und ja, deswegen hat dieses Let's Play jetzt nicht wirklich irgendwie so einen schönen Abschluss. Ah, es ärgert mich total. Ich wollte auf jeden Fall noch ein Best of schneiden, um dieses Let's Play eben abzuschließen. Solltet ihr noch gar keine Folge des Assassin's Creed 2 Let's Plays gesehen haben, dann findet ihr hier den Link zur ersten Folge bzw. zur Playlist. Und für all die Leute, die einfach immer nur Best ofs gucken wollen, ist hier noch das letzte Best of zu meinem Harry Potter 2 Let's Play. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Tschüssi!